Am 23. Spieltag kommt es am Samstagnachmittag zu dem Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04. Dabei wollen die Gäste durch einen Sieg gegen das Team von Trainer Sandro Schwarz das Abrutschen in den Abstiegskampf verhindern. Wo könnt ihr das Spiel verfolgen und für welche Startformation werden sich die beiden Cheftrainer entscheiden? 90 Minuten stellt für euch vor der Partie alles Wissenswerte zusammen. Die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 wird nicht im Deutschen Fried TV übertragen. Der TV-Sender Sky konnte sich die Exklusivrechte an der Begegnung sichern. Wer auf kein kostenpflichtiges Angebot zurückgreifen möchte, muss sich bis bis zur ARD Sportschau gedulden, wo ab 18. 30 Uhr eine Zusammenfassung der Partie zu sehen sein wird. Durch die App SkyGo ermöglicht es Sky seinen Kunden die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 auch mobil zu verfolgen. Somit kann man auch via Smartphone, Tablet oder Laptop immer auf Ballhöhe bleiben. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter Dazon bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff einen Highlight-Clip des Aufeinandertreffens an. Nach zwei Siegen zum Rückrundenstart, mussten die Domstädter zuletzt drei Niederlagen in Folgen hinnehmen. Dabei kassierte das Team von Trainer Sandro Schwarz-Elf gegen Dore und konnten nur einen eigenen Treffer bejubeln. Unter der Woche schenkten die Königsblauen in Überzahl einen überraschenden Achtungserfolg gegen Manchester City her und mussten sich am Ende nach großem Kampf mit 2 zu 3 geschlagen geben. In der Bundesliga wartet die Elf von Cheftrainer Domenico Tedesco bereits seit vier Spielen auf den nächsten Dreier. Im Hinspiel konnten die Schalke einen 1-0-Heimsieg einfahren. Durch einen erneuten Erfolg im direkten Duell, könnten die Knappen den Abstand auf die Mainzer bis auf einen Punkt verringern und könnten sich den ärgsten Abstiegskampfbefürchtungen erst einmal entledigen. Vor heimischem Publikum werden aber auch die Mainzer alles da ansetzten, den Negativ-Trend der letzten Wochen zu beenden.